Leonie Röpke bringt hier ein Crossing Jordan ist das richtig? oder würde ich euch Leonie Röpke besser rufen Belladonna der Alkohol ist es wichtig also mit den neuen anderen fern Köln 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 Sehr, sehr schön die Spannung hineingebracht, in ihr Pferd, alles richtig und akkurat absolviert und mein Rechner stürzt immer ab. Roberti, du musst mir mal helfen. Das können wir dagegen tun. Also 65 Punkte gab es. Wir sind jetzt da.